Moin zusammen und willkommen zurück zu Let's Play Wing Commander 2. Tja, ich hatte diese Mission, die jetzt gleich folgt, schon vor einigen Monaten gespielt, als ich anfing, Wing Commander 2 aufzunehmen. Allerdings habe ich meine Voice-Datei dafür gelöscht, also habe ich sie eben entschieden, sie nochmal zu spielen. Ich habe sie dann gerade eben mit der Kirafi-Saga-Edition gespielt, weil ich dachte, hey, Kirafi-Saga-Edition hat einen viel cooleren Sound und viel coolere Musik. Blöd nur, dass Camtasia diese Edition nicht richtig aufnimmt. Ihr habt meine Test-Videos gesehen, ihr wisst, wie sowas dann aussieht. Also habe ich die alte Version nochmal neu installiert, mich bis hierhin vorgespielt. Und wir gucken uns jetzt mal die Storyline an. Ich weiß nicht, ob das funktioniert hat mit dem Verlangsamen über DOS-Box. Ich hoffe schon, denn sonst wird diese Sekunden vielleicht wahrscheinlich übersprungen, aber ich spekuliere einfach darauf, dass es funktioniert. Und ich hoffe, dass die CD lädt. Observation Deck, das sieht schon mal gut aus. Falls die Dialoge gleich zu schnell laufen, müsst ihr halt kurz anhalten. Ihr seht schon wieder, wie das herrscht. Ja. Doomsday, Doomsday ist übrigens noch Secret Missions 2. Ich habe das auf der Karafi-Saga drauf und auch auf der CD, über die dieses Spiel jetzt gerade läuft. Aber ich weiß nicht, ob ich es nun tatsächlich mit meinem System zum Laufen kriege. Denn ihr seht ja, wie schnell das hier schon läuft. Ja. Und ich habe so die Befürchtung, dass ich das dann gar nicht mehr zum Laufen kriege. Aber ich probiere es auf jeden Fall, ja. Allerdings ist das hier jetzt erstmal wichtiger. Ja. Musik Okay, soviel zur Storyline. Ich würd sagen, dann fliegen wir unsere erste Mission hier auf der Concordia und gucken mal, was passiert. Briefing Room, tadaaa, mit der alten Musik aus Wing Commander 1, daaa. Musik 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 Okay, es geht los. Wir sind wieder im Ferret unterwegs und dieses Ding geht mir, ehrlich gesagt, ziemlich auf die Nerven. Hält nix aus, ist so unfassbar schnell, hält aber nix aus, hat kleine Raketen, schlecht bewaffnet, also... Glad to see you, Sir. They're attacking us, Sir. Affirmative, Captain. The Imperial Guard will kill you. You cannot defeat the Raketen! One enemy fighter down! You cannot defeat the Raketen! You cannot defeat the Raketen! I will kill you! Oh, Mann! Sag mal, das gibt's doch nicht! Hallo, kann ich vielleicht mal einen anderen Gegner erfassen? You cannot defeat the Raketen! Meine Güte, was ist denn das für ein Mistkram? Geh' mir aus dem Weg, Sir! Geh' mir aus dem Weg! Alter! Boah, gut, zumindest das Missionsziel ist zerstört worden. Geh' mir aus dem Weg, hab' ich gesagt. Nicht so wichtig, Hauptsache das Missionsziel ist vernichtet, und das ist vernichtet, nämlich der Frealdra, und das hat... Hey, ich hab' vier Anläufe hab' ich jetzt gebraucht, um diese Mission zu schaffen. Das ist so lächerlich. They're attacking us, Sir. Affirmative, Captain. Okay, das sind Jalkihis. Die sind richtig, richtig böse. Das sind nämlich die, äh, Yalti-Varianten in diesem Spiel. Und ihr wisst noch, wie hart die Yaltis in Wing Commander 1 gewesen sind. Geh' mir aus dem Weg, Captain! Geh' mir aus dem Weg! So, geht doch! So, was ist eigentlich reichen? Wenn ich den so erfasse. Gucken. Ah, shit! Wieso bin ich schon wieder mit 150 unterwegs? So, jetzt muss ich aufpassen, ich hab' ich mein Radar verloren, dass der mir nicht aus dem Sichtfeld fliegt. Ah, komm, vielleicht reicht's noch. Na, ich hoffe, dass Shadow das schafft. Was ist Ihr Target, Captain? Einen Krieger runter. Na, bitte. Ach, gut. Aber, die Fraltre ist besiegt und ich lebe noch, das ist wichtig. Stopp, volle, stopp, volle, stopp, volle, stopp. Stopp, 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 stopp. Concordia, breakfast landing. Du bist klar zu landen. So, okay, ich hoffe, das funktioniert jetzt. Nicht, dass ich in die Concordia fliege, ich glaube, das ist viermal, viermal, ja, ich glaube, viermal. Das ist... Jetzt ist die Landsequenz abgebrochen, ey. Meine Güte. Okay. Das nervt, aber ist egal, es hat funktioniert und das ist das einzige, was zählt. Janet McCullough, okay. Komm mit Sparks. Sparks kann ich mir merken, das geht gerade noch so. Ja, Junkies, das ist ja noch nicht böse. Wie viel habe ich ausgedrückt? Nur drei. Oh Gott, in der Karafi-Saga habe ich fünf ausgeschaltet. Mann, ey. Ein bisschen nervig. Okay, wir haben unsere erste Mission auf der Concordia abgeschlossen. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn es wieder ist. Let's play Wing Commander 2. Bis dann.